Der im Jahr 1061 geweihte Dom in Speyer wurde zum Zentrum der Stadtentwicklung. Vom Dom ausgehend markierten sogenannte Kreisschläge den Straßenverlauf der Planstadt. Sie wurde zum Vorbild für andere Gründungsstädte, die ebenfalls auf dem Reißbrett entstanden, wie Freiburg, Leipzig oder Lübeck. Um die Wende zum 12. Jahrhundert lebten hier etwa 6000 Menschen. Ein englischer Mönch nannte die Stadt Metropolis Germaniae, die Hauptstadt Deutschlands. Das lag nicht zuletzt daran, dass der Dom damals der größte Kirchenbau des Abendlandes war, mit dem sich die Dynastie der Salier ein Denkmal gesetzt hatte. Heute ist er die größte erhaltene romanische Kirche weltweit und die bedeutendste Grablege des Mittelalters auf deutschem Boden. Nicht weniger als elf Personen königlichen Geblüts sind hier begraben, unter anderem die vier Salier-Kaiser. Deine. Deine. D Bone. Untertitelung des ZDF, 2020